Tja, jetzt ist wirklich die Qual der Wahl. Ich denke mal, versteckte Gegenstände können wir schon gebrauchen. So. Oh, die Zombie-Truppe kommt. Schaut euch doch mal an. Was könnte man so viel Schmerz haben? Du kannst es nicht verstehen, du bist nicht Säler. Es ist ein Sign. Es ist etwas, etwas zu kommen. Es ist etwas wirklich Schmerz. Nicht das Schmerz zurück in die Hand, du Schmerz. Das ist wahr. Also, was du machst auf die Hand, in front of this Warehouse? Wer ist die Frage hier? Die Körzchen oder die Touristen? Was kannst du sagen, was du sagen, über die Haukens-Familie der Todesfamilie? Nicht mehr als was jeder weiß. Ich war nicht auf der Fall. Sie waren alle zu sterben, richtig? Auf der Platz. Die ganze Mansion war in Flam. Okay. Ah, das war so gut. Okay, das ist also schon das Lagerhaus, wo wir rein wollen. Okay, da steht auch schon wieder die Wache. Okay. Ich muss die Haukens-Warehaus in den Haukens. Ich denke, es wird kompliziert. Nein, es ist sehr einfach, in fact. Fuck off. Ich bin nicht ein Wache über deine Racket. Ich will nur in diese Wache. Wir haben nicht ein Wache über dich. Whatever deine Grunde für dich zu haben, es gibt nichts, was wir für dich tun können. Kat, sie ist dein Böse. Was? Du hörst durch Keyhole. Sie ist der Böse, ja. Sie sagt, wer geht in oder nicht. Okay. Shut up, du dummer. Du willst wissen, dass du auch zu viel sprachst. Sie muss ziemlich intimidee sein, wenn sie zwei Männer wie du trüben. Sie redigte die Wache von der letzte Wache, die in die Wache wollte. Ich hoffe, du hast einen guten Däntis. Nein, nein, du wirst nicht verstehen. Sie hat wirklich einen neuen Wache gemacht. Aber er hat nur Wache mit der Leyen-Wache. Ah, ich verstehe. Okay, gut zu wissen. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Okay, vielen Dank für die Tipp. Na gut. Das heißt, wir müssen mit dieser Cat reden. Bestimmt war es diese nette, höfliche Dame in dem Pub. Ja, 100 pro. Sie ist 100 pro Cat. Das heißt, wir müssen mit dem Pub. Okay. Vielen Dank für den Fuss, Kleiner. Und natürlich parkt irgendein Arsch seinen Wagen hier. Sauerei. Okay. Okay. A whale vertebrae. Wenn die Fuss ist in der Bar, diese Gleuch ist ein wirkliches Fuss. Oh Mann. Oh, da ist was. Ein Zahnrad. Schauen wir doch mal. Vielleicht das Zahnrad? Aha. Ich würde sagen, wir brauchen mehr als das. Ah, da ist was. Ah, ein Hebel. Er ist klassisch. Haben wir scheinbar alles gefunden. Dann auf, auf. Dann, los geht's. Und pull! Ah, geht doch. Ja, das sieht sehr eklig und grün aus. Aber wir müssen runter. Okay, okay. Ich gehe mal etwas weiter weg. Oh, oh. Was war das? Oh, oh. Oh, nein, nein. Weg mit dir. Ach, nur Seetank. Oh, Mann. Meine Fresse. Liegt bestimmt an diesen ekligen Dämpfen. Oh, das ist primitiv. Oh, sieht doch schick aus. Lieber schleichen. Man weiß ja nicht, wo wir sind. Hier. Warum geht's nicht weiter? Ja. Warum geht's nicht weiter? Okay. No, da ist doch offen. Nein, also. Also. Vielen Dank. Okay, warum klappt das nicht? Bin ich zu muskulös gebaut, oder was? Okay. Das finde ich jetzt sehr seltsam. Oh, dieses Ort stinkt. Was ist die Verbindung zwischen diesem Ort und dem Sarah Hawkins-Case? Nehmen wir mal nach Psychologie hinzu. Hier kann ich nicht hin. Okay, sieht ja sehr eingestürzt aus hier. Springen wir! All right, all right. Oh, super! Ah. Okay, kann hier nichts machen. Okay, alte blutige Verbände. Ah, linke und rechte Maustaste gedrückt halten. Ist das eine von Sarah Hawkins' Schildern? The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Gute Frage, nächste Frage. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Okay. Okay. Gute. Haben wir jetzt alles? Gute. Ach, wieder einen Charakterpunkt bekommen. Super. Haha. Uh-oh. Ach, versuchen wir mal, wir haben ja jetzt Psychologie. Okay. Okay. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange poetry. Wait, I know it. It was in the Hawkins' mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? Ha. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car is parked down the way. Ach, das war ihr Wagen. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley. You've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on. Keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. It's always nice when your wife says, we'll never see you. Look behind you. At the top of the ridge. Of course on a mountain. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on. We got some driving to do. Das kann doch nur in die Hose gehen. 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 Vielen Dank.